ALT F4 GAMES ALT F4 GAMES Tierchen immer da, wo die Riechen schlecht ist Weil heißt spricht man auch Heast aus Ich weiß nicht mal was das heißt Aber okay Es heißt Cranker Shit Bei mir sitzen Bindal und Niko Halo Freak 1.1.4, dürfte ich doch bitten Halo Freak 1.1.4 von dem Kanal Halo Freak 1.1.4 Halo Freak 1.1.4 Halo Freak 1.1.7 Das ist ein anderer Cover-Game Laden wir die Scheiße mal Nein, ich hab immer noch keinen Charakter ausgewählt Du bist fett! Ja, ich weiß Du hast die ganze Zeit Keiner hat's verstanden was du gesagt hast Er hatte die ganze Zeit Zeit Achso Ja, aber äh Ich muss halt warten Pssst Gamer, die hört zu Also wenn die das interessieren würde Ja, weil die Musik zu gut ist Die lizenzieren sie gleich So Hallo Zettel Hallo Es ist Michelle Auf der Kielstreet Die Pippen, die du kennst Die die du verpasst hast Sie haben wieder verpasst Sie sind wieder Sorry zu hören, Sir Wir senden unsere Leute gleich Ja, du hörst Das ist cool Das ist cool I got it Let's drain the place Suit up Gehen wir jetzt schwimmen? Ja Ja, aber nackt Wir klauen nichts Dann gehen wir schwimmen Okay Das ist die schwersten So, wir sind Wir sind hier in Nuketown Ey, ihr habt coole Klamotten an Badekleidung Das ist ja Der rennt Sieht cool aus Das ist ja unfassbar Wow Guck mal, ihr geht die Party ab Party Super Ey, ich will auch was Ey, ich will auch ein flaches Steak haben Der Grill ist nicht an Na ja Hallo Yay Hallo Party hart Ich hab schon mal Freunde gefunden Ey, nein, wir sollen ins Haus Wir sollen Aha Du kannst mich gar nicht Wir sollen flirten Hm? Hier ist der Typ aus Aus Overrides System Hier ist der Typ aus Äh Hast du dich aufgefahren, dass die alle größer sind? Von Fuck Cry 1 Wie ist das? Ähm, ja Du auch Deine Augen sind in der Brust Ja, das ist irgendwie So, okay Ich mach das Okay Machen wir mal Wollen wir actually warten bis der Typ oben ist, da? Nein Da kommen wir in den Raichertsgeist her Alter, guck hier, Alter Oh Haken die Todblock, Tim macht das Okay, genau 3,2,1 los Das war irgendwie Okay Ich guck mir mal die Umgebung an So, ich hack schon mal Warum ist da immer so ein blaues Ding dran? Haben wir schon so ein Schraub da? Was, wo ist ein blaues Ding drin? Ja, mit diesem Balken hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Wilson? Wilson, der Zaun ist doch gar nicht hoch genug für Wilson. Oh Gott. Jetzt verstehe ich wieder keiner. Weil es keiner lustig findet. Oh mein Gott, naja. Ja, ich hab da schon eine. Ey, mach die Fenster nicht. Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir auch Spaß haben. Die Polizei ist da. Ja. Wir sind da. Wir sind da. Wo sollen wir überhaupt hin? Ins Nachbarhaus? Was können die sich denn leisten? Ich kann mir gar nichts leisten. Ja, wir sollen eigentlich darüber. Holzbretter. Schon wieder falsches Haus. Meine Orientierung ist scheiße. Wo sollen wir denn hin? Da unten, da ist doch das Ziel. Ja, aber da ist nix. Durch den Rasen, meine Kraft. Ja, wir haben keine... ...gübei. Ja, kann man doch ganz hören. Ach so, warte mal. Okay, ganz einfach. Wie in allen Videospielen. Psycho Mantis, ich seh dich. Okay, schützt. So, die Musik ist mal wieder... Oh, nur Bluntplay. Okay, dann bleibt einer hier. Bleiben zwei hier drüben, zwei hier rüber. Ich geh nach oben. Oh, wir haben keinen Mitspieler mehr. Es ist schon noch Dallas. Dallas, komm zu mir! Dann komm ich mit dir, Tim. Ja, ich hab Freunde. Nein! Oh, ne Entwickler! Oh, ne Entwickler! Okay, wir werden gleich mit Overkill erst geträgt, dann haben wir tatsächlich ein Dev dabei. Dann können wir Party feiern. Ja! Und wir haben ihn auf Video aufgenommen. Und er würde niemals erfahren. Ja, ich sag's ihm gleich. Ja, es ist ein Entwickler. Ja, der ist doch meiner... Wo ist der hin? Der ist weggelaufen von mir. Wo ist der? Oh wow, ein Entwickler, das ist bestimmt Game New. Ja, sag ihm mal, dass wir grad aufnehmen. Ich hab die Ecke schon lange da. I'm famous. Jetzt ist hier schon wieder dieser scheiß Nebel drinne. Ich seh nix mehr. Okay, jetzt wissen wir. Das sind ja auch Rauchgranaten. Ja, aber trotzdem nervt das ja, weißt du. Hallo, hier neben. Ja, sag ihm, dass wir grad aufnehmen. Die ist ein exklusiver Entwickler. Nein, die ist sie nicht. Wo kann ich mich bewerben? Ich will da mitmachen. Ich mach die deutsche Synchro allein. Ich mach die deutsche Synchro allein. Ey, wir wollen die Magen überfallen. Runter, Hände auf den Hosenboden. Die Musik hier ist auch nicht so schlecht. Die quält mir jetzt nicht so. Schöld, gut. Ich komme. Overkill, Matthias. Oder... Ja, Matthias. Hast du nicht irgendeine Waffe, die durch Wände schießen kann? Nein, das ist ein Loop. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, der ist eindeutig. Er ist eindeutig. Er wegklappt. Der stimmt Gott an. Oh, das ist jetzt aber okay. Ja, leider. Ah, ein Rasenmäher kommt direkt auf mich zu. Achso, nee. Das war noch ein Tricks. Weil der Rasenmäher stand genau daneben. Okay. Ist das auch so nicht schlecht? Okay, wir haben... 25 Sekunden hier noch. Und da unten muss ich mal hin. Huah! Zappelspringen! Da wird es alle höchst zu Eisenbahnen. Huah! Ich mag Eisenbahnen. Die fahren auf Skien. Ah, das sind jetzt wieder besser. Eisenbahn... Bahn. Hey, runter vom Dach! Die haben ja unten eine Bar, ne? Weil die alles haben. Und einen Pool. Den haben sie auch. Aber da ist nix drin. Doch, Munition. Yay! Ja! Und ne Leiter. Shooting Carol. Und noch ne Leiter. Hallo, kannst du das Spiel jetzt mehr ernst nehmen? Ja, stimmt. Polizei! Zumindest geimpftechnisch. Ey, er ist ein Rasensprenger. Rasensprenger? Der springt Rasen? Oh mein Gott! Wir sind doch in Minecraft. Und du hast gesagt, es gibt keine andere Explosionswaffe außer den Granatenwerfer. Ja, klar. Keiner zumindest im Konzept. Ey, sorry, aber jetzt kommen gleich irgendwelche dummen Abonnenten, die jetzt meinen, nein, Rasensprenger sprengt keine Rasen. Der springt Wiesen. Und sprengen heißt nicht in die Luft sprengen, sondern das Lava raussprengen und sie zu Wasser. Wir haben diese Leute was. Sprengt der keine Rasen? Nein. Habe ich von Valenian mit einem Blümchen gelernt. Das ist doch ne Nazi-Sendung. Ja. Noch... 30 Sekunden. Eigentlich standen 26, aber ich hab aufgeräumt. Ich finde ich nicht cool. Wir kaufen nix. Wir kaufen nix. Tür wieder zu. Also Tür, komm da rein. Abschließend, da haben wir sogar aggressiver drüber. Ich hole die... Ne, die Tür... Achso, das ist vorbei. Wir haben vorhin aufgeschlagen. So, kann ich jetzt da unten rein oder was auch immer? Was ist denn bloß? Wir müssen zwei Türen öffnen. 30 Sekunden noch. Und warum haben die alle so bunte Häuser? Weil die wohnen in Nuketown. Die wohnen in Nuketown. Was erwartest du? Okay, hier ist der Pferde. Der ist halt drüben noch. Lasse raus. Ja, ich geh rüber. Ich geh rüber aufgeräumt. Ja, ja. Ja, fuck ja. Ich muss neu gestalten. Zaunkletterer. Ist der schlau, dass die Tür aber er springt lieber über die Mauer. Ja, ja. Er will es da jetzt zeigen. Ja, er kann es halt. Aber trotzdem schön, dass wir in den Entwickler spielen. Das ist unerwartet. Ja. Und der ist so besprächig. Ja, der ist ja auch grad hier in Skype. Redet der mit uns. Ja, kann schreiben. Ja, aber der schreibt nicht. Der spielt Videospiel in seiner Freizeit. 20 Sekunden. Ah. Ah, ich hasse Alkohol. Ah. Finger weg von Drogen, Kines. Sonst passiert sowas mit euch. Dann werdet ihr Polizist und von mir abgeknallt. Weil das ist die Realität. Ja, ja. Eins. Sesam hat er nicht. Ich kann nämlich nicht zwischen Videospiel und Realität unterscheiden. Gebt dich zum Schussraum. Ist da ein Ende? Ja, nicht der Krober. Fuck. Eeeh. Nicht braun. Der Entwickler und... ...Hero. Ja. Nico mach auf. Nico mach auf. Ja, ich kann nicht. Schneller. Mach schneller. Nochmal. Ne. Ah, ne. Oh. Ja, ja. Moment. Hier hast du auch. Hier, hier. Haben wir ja schon. Keine Sorgen. Ah, so. Hör mal. Hä, was? Was ist denn hier? Oh, Wasser. Ja, ich hol mir kurz was zu trinken. Ah, ne. Ich hab den Bohrer. Wo soll der Bohrer hin? Der hat mich bereits vollzieher. Ich hab den Bohrer bekommen. Ach so. Fühl ich mich aber vernachlässig. Hier. Ich kurz in die Sch... Wie geil! Ich hab's doch nie in einem Spiel gesehen, dass man den Stecker in eine Steckdose stecken muss. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas sehe in einem Video. Half-Life? Ach so. Ja, okay, okay. Half-Life, ja. Ich muss hier grad einen Schlauch verlegen. Ja, okay, aber... Oder soll ich den Bohrer verlegen? Nicht so banal. Ich mein, ganz ehrlich, ich nicht mal in Sims musst du sowas machen. Was ich übrigens immer noch komisch finde, dass man sowas bis heute nicht gemacht hat. Ja. Kann man ja nicht mehr helfen. Aber die Map ist mal was anderes, ne? So schön. Hä? Auf jeden Fall schöner als die andere. Ja. Das andere war ein Ghetto-Haus. In die Ghetto! In die Ghetto! In die Ghetto! Komm! Hui! Klasse! Das Wasser... Das Wasser schputzt. Jetzt sind wir Miffbusters. W... Ja. Warte mal. Warte mal, warte mal. Was machen wir jetzt genau? Nur 2-5 Minuten noch. Fuck. Okay, also... Willkommen bei Miffbusters. Heute in der schlecht auf deutsch gedappten Sendung. Schauen wir, ob ein... Ob ein Save, der aufgeht durch einen Bohrer nass werden kann. Bastard! Funktioniert nicht. Es gibt kein Wasser in der Welt. Oh Gott. Ich mag Miffbusters nicht. Ich mag Miffbusters nicht. Ich mag Miffbusters nicht. Übertreiben da immer so. I'm Haterfreak and welcome to Jackass. Boowow. Ich weiß nicht... Ich weiß jetzt gerade nicht mal, wie die... Down, 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 down. Die Polizei wird langsam einfallen zu. Schon wieder Sprung geklaut. Oh. Oh, schick hier draußen. Oh, da hinten... Muss den Grill anmachen, oder was ist das da hinten? Folg dir mal. Oh, der Typ geht die Pfade ab. Und Sniper. Er spriet erstmal voll cool aus dem Fenster. Komm Bulldozer, du stirbst gleich. Hey, wie nett. Das ist ja bei Deckung. Mentaler Kriegszustand und so. Ähm... So, ich muss den... Ich muss auf, auf, on stellen. Mensch! Das hat gedauert. Aber da verbotst du ja auch ausgebildet. Und so spezielle Aufgaben zu lösen. Von auf, auf, on stellen. Nein, ich güte. Weißt du, was die da... Ich fände da was Intelligentes ein. Sollen wir nicht mal langsam runter gehen und gucken? Uiuiuiuiuiui. Ich brauche gar keinen. Wow. Kann man schon mal platzieren, als er ist. Ja, ich habe auch noch einen im Rucksack. Ich glaube, diese Mission ist relativ einfach. Ja, also... Das haben wir bei der anderen ja auch gedacht. Naja, aber die... Ich weiß ja nicht, wie weit die schon ist. Komm ja anspiech. Komm ja anspiech. Wir haben wirklich viele Gegner hier. Nett. Und wenn, dann könnten wir sie ziemlich gut eintunneln. Hier. Später. Ja. Wenn wir hier unten hocken bleiben würden, hätten die keine Chance gegen uns. Aber wir müssen immer wieder raus. Das ist es ja. Das ist ja gerade das Schöne hier an dem Spiel. Dann bleibt er im Buch. Oh, Taser! Nein, das Schöne am Spiel ist, dass man mehr verdient als YouTube-Partner. Das ist das Gute am Spiel. Ja, und nicht. Ist das so? Und weitaus lustiger ist. Man darf hier nicht nur die Einnahmen reden, aber ich kann ungefähr sagen, dass die Typen in Payday hier mehr verdienen. Die verdienen 2 Euro. Ja, die verstehen. Einfach nur ein paar Nullen mehr. So 5, 6, 0. Dann... Na... Schon sich am anderen Ende. Wie viele Nullen mehr, ist egal. Ich verdiene eh nur ein Null. Du bist ne Null. Ja, na und? Neidisch? Du bist doch nur neidisch, weil ich ähm... Weil... Stirp, 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 Stirp. Weil ich in letzter Zeit zu viele Videos hochkomme. Ich hole ihn wieder. Ah, ich hole ihn mal wieder. Ich drück... Ich weiß, wie er es geht. Alter, ich hab gerade gehört, da schicken wir tatsächlich im Bulldozer hin. Ja... Ich hab's... Oh, das ist noch von der Wand noch. Nein, nein, ich... Guck's dir an. Guck's dir an. Wie er auf off... Wie er auf angeht wieder. Wow! Ey, ich hab's damit gesehen. Guck's dir gleich irgendwie... Liegt nach einem Video vielleicht. Hilfe! Oh, fuck, man. Ist das kompliziert. Das wird auf YouTube geladen. Yeah! Ich bin berühmt. Yeah! Ey, Wichser! Bin da! Wir haben genug Geisel, fünf Stück. Da ist ein Teaser. Aber den Entwickler interessiert... Das ist ein Teaser. Ein Teaser! Ein Teaser! Nein! Teaser. Okay. Auf was warten wir jetzt eigentlich? Das ist der Borat-Borat. Borat? Ey, Borat ist ein Scheiß... Oh, ich... Borat-Borat! Ich krieg so... Ich krieg wieder so viele Feinde. Durch diesen Kanal. Wir sind ja durch dieses Video. Wir sind ja durch dieses Video. Ja. Ich hab nen YouTube-Kanal. Leute, schaut doch mal vorbei. Der heißt, ähm... Borat-Borat-Borat-Borat. Hering und dann Way. Wie Weg. Auf Englisch. Heringway sozusagen. Ich musste ja letztens lachen. Ich wollte einen Kommentar schreiben. Und dann stand da als Info... Wussten sie, dass sie schon einen YouTube-Kanal haben? Ja, danke YouTube. Ich verdiene mein Geld durch euch. Wusstet ihr schon, dass ihr durch mich verdient? Und so... Und durch so eine Scheiße mich bald verliert? Wollte ich den mal schreiben. Ich tippe dann die mal einen Kommentar schreiben. Na ja, so da. Ähm... Ich hab mich hier beschossen. Hat irgendjemand ein Munitions-Pack schien. Ja, ich hab... Wo soll ich hinlegen? Dann leg mal unten hin. So in den fett Keller. Jawoll! Boah, Camper! Camper! Hock da auf dem Dach und... Man! Nee! Sorry! Nee! Ich... 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 ich geh hier gleich raus. Ich komm mir allein. Ich fühl mich hier draußen nicht willkommen. Ist wie ne Stadtstreife unterwegs. Oh mein Gott, da hat's halt der Viehgeld! Stimmt! Oh, da hat's halt der Viehgeld! Äh, schnell! Altogramm holen! Ein Altogramm! Willst du mich verarschen? Dieser Umbull oder da drin? Alle im Heus ist vor allem. Sag dich ja! Der Bär... Der Bär... Und das... Der Mond, der Bär und das große Haus... Oh Gott, ey. Ja, ich weiß nicht. Rutschen! Wow! Ich tue mal Planschen. Ach ja, was wir klauen. Yeah, kein Wasser. Tschüss. Ey, du schieß mir nicht! Ich... Ah, der Rasensprenger fängt schon an. Das ganze Gebiet. Das sind auch drei Explosionen? Boah, ist der... Naja, der ist überhaupt nicht. Äh... Na hier. Ich geh mal kurz in Deck. Ah, du schießt auf mich! Schlimm, dass so ein Spiel wie Payday einen Rasensprenger hat und der Gartensimulator ihn vergessen hat einzukommen. Okay, ich komm mal kurz da unten rum. So kalt. Der Dev ist AFK-Scheinz. Ah, so ein Wichser. Guckt in seinem Büro und raucht ne Packung. In der Überzeit ist er wahrscheinlich zu Hause. Wir müssen dauer... Und raucht da ne Packung. Ey, hier ist ein... Hier ist ein pinkes Kinder... Ich will hier bleiben! Warte, 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 warte. Das ist das Kinderzimmer von Pinkie Pie. Ich weiß schon, die mal auf Drogen ist oder so. Uuuuh, ja. Ich fühl mich da aber nicht ganz so wollen. Es ist mich an! Es ist zu pink, ja, ich weiß. So, ich mach... Ich muss mal kurz... Den Wasserhahn auf... Ey, ich dreh den Wasserhahn auf! Du kannst da nix gegen machen, scheiß Buller! ACAB, ich mach Wasser an! Wasser plus Sicherstellen. Ich bin dabei! Und er ist wieder da! Die drehen immer den Gartenschlauch zu. Ah, Medivac. Ganz ehrlich, wenn ich ein Bulldozer wäre, würde ich mich einfach auf den Schlauch stellen. Ja, okay. Das war das Ganze doch gar nicht geplant. Ne, Dev, du brauchst nicht vor der Waschmaschine stehen. Die ist schon klar. Ich habe hier einen Geldkopierer. Ist doch... Was, was... Die machen hier Falschgeld, eindeutig. Das war ne Wichser! Gut, dass wir den Tresor gleich haben. Nämlich... 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 Achso, jetzt gleich. Achso, jetzt versteh ich's. Okay. Willkommen nach der Werbung zurück bei Miffbusters. Ob der Tresor platzt, das sehen Sie bald. Vorher können Sie uns noch dabei zusehen, wie wir Klorollen sammeln. Das war ein Wortspiel, oder? Klorollen? Ein... Klorollen. Ne, guck... Guck's dir an! Sieht aus wie bei GLP aufm Schreibtisch. Da fehlt noch... Achso, ja. Das sieht auch wie bei dir aus aufm Schreibtisch. Ne, ich hab kein Klopapier, ich wichs in Socken. Falscher Tisch. Achso. Achso. Der andere Tisch. Achso. Upsi. Ach, Fuldozer. Wo? Achso. Außen. Ah. Ich soll euch gehen in letzter Zeit nicht mehr so an die frische Luft. Du auch nicht? Ne, ich spiel über Videospiele. Mal im Keller. Ich wohne im ersten Stock. Du bist jetzt auch in den Keller. Zwei Stock bei so ner Runde. Du bist jetzt auch in den Keller. Du bist jetzt auch in den Keller. Wahrscheinlich hab ich da eigentlich noch nicht mal nen Keller. Ne, natürlich hab ich nen Keller. Ich bin... Ich bin badass. Au, und du bist sniper. Sniper. Oh, schon wieder so nen scheiß Camper. Hä? Großer Mutterfick... äh... Tarser. So, solange ihr beschäftigt seid Sonic mit hier. Warum ging das nicht? Wir haben nen Kopf im Keller. Ja. Wir haben Kopf im Keller. Ja. Pass auf, gleich zeigt er noch diesen Typ an, der hier liegt mit dem pinken T-Shirt. Okay, wir können Geisel nehmen. Geisel nehmen. Ich gucke mir jetzt trotzdem nochmal Munition. Was ich hier für ein übeles Versteck gefunden hab, ne? Na, brauch ich noch nicht. Kann ich jetzt gleich machen. Echt crazy. Eins, zwei, drei. Ah fuck. Hitler kommt vorbei. Boah ey, voll mein COD-Style. Ey, schnell in Deckung und dann raus. Bulldozer. 360, no scope. So. Scheiße, Bulldozer. Bulldozer. Ich bewoll dich nicht. Bulldozer. Bulldozer. Eins, zwei. Dann spiel ich mit deiner Playstation. Ich spiel gleich mit was ganz anderem. Ich spiel gleich mit meinem Nintendo Genesis. So, nachladen. Das mach ich andauert. Kann ich jetzt mal ein Level abhaben? Ich gucke mir jetzt mal ein Strachs. 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 Ja, sehr lange. Okay. Der spritzt ganz schön da schon, der. Der spritzt. Er spritzt. Ho, ho, ho. Ja. Ah. Okay, ist jetzt wieder was hoch. Okay, ich stecke das C4 rein. Jejeje. Und wieso hab ich die ganze Zeit irgendwie... ...Sexo-Ingerandos? Ich. Ausgaben. Bam. Oh. Hast du die Explosion gesehen? Die war grün. Was zur Hölle gehst du da runter? Oh, hier liegen noch Diamanten rum. Ja? Wo? Ich will die auch sammeln. Ja, sieh mit. Nomm, nomm. Wo sind die? Ah! Legosteine! Hier ist doch gar nicht. Hier ist doch gar nicht. Okay, na. Laufen wir. 9Gag und Memebase sind übrigens nicht lustig. So, das wollte ich nochmal sagen. Meme doch Memebase. Memebase selbst geht ja noch. Wenn's was anderes als Memes sind. Na, die Seite an sich ist lustig, ja. Ich lach sie gerne aus, das stimmt. Aber der Inhalt ist schlecht. Oh, vielleicht zwei Schilde nebeneinander. Oh, beide tot. Was ist passiert? Ähm. Oberkirch. Oh. Was macht ihr da? Mach den mal auf. Mach den mal auf. Ich geh da runter. Ich geh da runter. Juhu! Das sieht aus wie ein Skyrim. Skyrim. So, scheiße. Wo sind die Skelette? Riesenratten! Mach schnell auf. Mit deinen Picklock-Schloss-Aufmach-Skills aus Skyrim. Schnell hier. Mach mit deinem Freemann noch auf. Scheiße. Ich hab hier ne Quest bekommen. Ich muss hier jemand töten im Namen der schwarzen Hand. Dunklen Bruderschaft. Genau so hieß die. Äh, im Namen von Shanes. Im Namen von Shanes. Im Namen von Shanes. Ist ja schwarz endlich. Kannst du jetzt schon wieder? Wer macht die ganzen Dinger hier zu? Äh, äh. Schnell durch. Ich glaube einfach. Yay! Yay! Guck mal, da hinten ist Far Cry 3. Far Cry 3. Okay, jetzt schon sieht ein bisschen scheiße aus. Aber wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Sie sind jetzt alle platt! Wir haben's geschafft! Das Geld ist jetzt meins! Du bist scheiße! Ach, ich fick keinen Reim mehr ein. Das war's! Zeigen wir die andere Mission jetzt noch? Ah, das können wir machen! Ja, aber... Ja, aber... Pfff! Pfff!